Grüß dich Eugen. Grüß dich. So, ich bin der Eugen, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der Veranstalter des Yoga-Camps, bin seit 10 Jahren Yoga-Lehrer mit Herz und Seele dabei. Ich mache dieses Projekt sehr, sehr gerne, das ist nicht mein einziges Projekt, aber eines meiner Lieblingsprojekte, welches ich schon seit den letzten 7 Jahren umsetze. Dieses Jahr haben wieder super coole Leute dabei, super coole Yoga-Lehrer dabei. Es ist wie immer eine wundervolle Energie hier im Yoga-Camp und ich würde euch auch das nächste Jahr gerne einladen, bei unseren Yoga-Camps dabei zu sein, ist wirklich eine gute Sache. Vor allem ist es eine sehr wichtige Erfahrung, dass man auch draußen mal Yoga praktiziert, wo man von anderen Energien umgeben ist als in der Großstadt und mit Gleichgesinnten in großen Gruppen praktiziert. Also Leute, die auch ähnlich denken wie du zum Beispiel, der gerade das Video schaut. Man kann hier auch sehr gute Erfahrungen austauschen mit den Leuten, die auch diesen Weg der Selbstverwirklichung gehen, die eine gesunde Lebensweise führen. Das ist eine Top-Sache, sehr interessant, sehr spannend, ist auch jedes Jahr ein bisschen anderes, es kommt wieder was Neues dazu und so weiter. Wir lernen alle weiter, wir entwickeln uns weiter und du kannst gerne dabei sein, würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.